Auf die Plätze, fertig, los! Wenn man etwas imitiert, an etwas, wie soll man sagen... Schauspielen? Ja, aber man tut so... Mimik? Nein, es hat etwas mit Tönen zu tun. Kauke? Ja, genau. Schon wieder? Es hat... Es hat ein normales, also. Passt, weiter! Wenn wir Auswärtsspiele haben und dann zurückkommen, zum Beispiel wenn man in den USA war, hat man... Jetlag? Wenn du ein Danke gemacht hast, wird das nochmal im Fernsehen gezeigt? Slow-Motion! Replay! Slow-Motion! Ich hätte es gesehen... Ich hätte es gesehen... Deutsche Wort! Zeitlupe! Zeitlupe! Du denkst nur in Englisch, Alter! Ja, komm, was ist das? Was ist denn hier? Er hat eben nur einen rausgehauen. Wir machen keine Fehler! Auf geht's! Leute, eins, zwei, drei, los geht's! Nicht WhatsApp, sondern... SMS... Ok, und was gibt es noch? Viber... SMS, WhatsApp und dann, was für eine Funktion hast du noch, wenn du mit jemandem kommunizieren möchtest? Skype? Nein, du möchtest mit jemandem kommunizieren, aber nicht mit ihm sprechen, sondern... Wie kommt... Nein, mein Telefon... Skype, WhatsApp... Es gibt auch die App dafür und da ist ein Briefumschlag drauf. Instagram, Facebook... Ein Briefumschlag! Ein Briefumschlag! SMS, E-Mail! Danke! Damn! Wenn man rumläuft wie ein... Ne... Es ist keine Katze, sondern ein... Ein Hund! Ok, und was für ein Hund? Ein Gassi-Hund... Ne... Ein hässlicher... Ein hässlicher mit Locken... Ähm... Ein hässlicher... Kleiner Hund mit Locken... Stopp! Pudel! Pudel! Ah... Ok, wir sind ready! Kannst du mal ein Foto von uns machen? Eins, zwei, drei! Ähm... Was ist dein Lieblingss... Sport neben Basketball? Fußball! Richtig! Bundesliga! Und was können... Was für eine Regel kennen Frauen meistens nicht? Frauenfußball! Ähm... Abseits! Abseits! Ähm... Axel Noah... Macht was? Athletiktrainer... Krafttrainer... Was macht er in seiner Freizeit? Ach... Langlauf... Ähm... Richtig! Und wie nennt man sowas allgemein? Gibt's auch in Berlin, wenn er so eine... Marathon! Ja! Ähm... Nimm meinen Namen! Nils! Optimal 3! Opa! Die ist der Löffel! Yes! Good Job Nils! Come back! Good Job! Good Job! Ja, sie habt gewonnen! Haha! Haha! Optimal ist!